Die Tischlerei Eilers wurde 1912 gegründet und wird nun schon in der vierten Generation geführt. Höchste Qualität im Produkt und in der Dienstleistung sowie Kundenzufriedenheit stehen bei uns an erster Stelle. Deshalb arbeiten wir ausschließlich mit namhaften deutschen Qualitätsherstellern zusammen. Ob energetische Sanierung oder Neubau, ob Haustür oder Fenster, unsere Umsetzung setzt immer wieder das sprichwörtliche i-Tüpfelchen. Mit über 100 Jahren Tradition im Handwerk als Tischlerei-Innungsbetrieb und unserer angeschlossenen Werkstatt stellen wir uns jeder baulichen Herausforderung. Wir freuen uns von Ihnen zu hören.